Ahoi Leute und willkommen zum nächsten Mal von Titancress Multiplayers Play. Diesmal mehr FPS, weil ich es jetzt bei Windows 7 spiele. Fishy ist auch noch da, die Dodgers, der Albtraum und Prügeleien gibt es heute wieder. Ja, ich stelle gerade mein Mikrofon noch mal nach. Moment. Alter, das Spiel läuft jetzt flüssig einfach mal. So, jetzt ist es wieder gut. Windows 7 ist besser fürs Zocken als Windows 8, da Windows 8 ist einfach mal einiges schneller. Und, ähm, ich muss jetzt das lag. Bei mir nicht? Oh, also bei mir ist Dauer lag, aber... Ja, bei mir hatte ich gerade kurz einen lag. Okay, die Effekte sind ein bisschen leise. Ja, bei mir auch gerade. Ich habe die Gesamtlautstärke inzwischen recht weit runtergeschraubt, weil die im Hauptmenü ja immer so mega laut ist. So, jetzt sieht es ja noch annehmbar an. Ähm, ja, die Gamesby-Server sind... Wann sind sie down gegangen? Ähm, Montag. Montag schon? Ja, Montag. Oder Sonntag sogar schon? Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall, ähm, die sind seit letzter Woche jetzt down. Und deshalb, äh, mussten wir uns was anderes überlegen. Über Tangle, ähm, konnte er mir nicht nachjoinen, weil Tangle unter Windows 8 bei mir ein Problem hatte, weil ich da mal was bei der Infektion verkackt habe. Und, ja, jetzt habe ich... Du hast nichts verkackt, das ist momentan ein Problem, was Tangle hat. Ist in ganz vielen Foren diskutiert und so weiter. Ja, naja... Hat mir Jörg gesteckt. Es ist, äh, es lief aber unter Windows 8 bei mir schon. Ja, und seit dem neuesten Update nicht mehr. Nein, bei mir lief es auch. Okay, ich habe es seit Windows 8 das neueste Update. Siehst du? Ja, aber es lief bei Windows 8 auf den neuesten Update bei mir anfangs auch. Okay, Jörg meinte seit dem, seit dem neuesten Update geht es bei gar keinem Windows 8 Rechner mehr. Oh, es laggt so wie eine Huse. Kommt das jetzt durch Serverlags oder durch Lags von deinem PC? Hä, warum, warum kommt hier ein Brunnen? Wir sind jetzt von hier, von hier aus nach hier gegangen. Dafür gibt es ein Brunnen. Für nichts. Und in so Gebieten kommen 30 Jahre kein Brunnen und hier einfach rüber. Kriegslöcker. Achso, der ist der wahrscheinlich. Oh ja, Katzis! Komm mal Katzis! Oh, ist hier die... Hallo! Und die sind schwach! Digga, die haben wir überhaupt keine Kr... Okay, die habe ich stärker in der Erinnerung. Wahrscheinlich sind wir schon überlevelt, weil wir einfach 6,5 über den sind. Na, egal. Hier war nichts mehr. Hier ist das Kartenrand. Guck mal, Kartenrand. Ja, nice. Schick, schick. Ähm, ja. Und, ähm, da ich ja so Windows 7 wieder habe, wird auch das Second-Let's Play nach diesem Let's Play auch weitergeführt werden. Ja, denn dank Windows 7 funktioniert das alles wieder. Das ist so ein schönes Ding. Boah, bin fast tot. Also die schwarzen Kätzchen sind stark. Boah, dezent. Äh, die sind auch nur noch ein Level unter uns. Meister-Umhang. Shotgun. Sehr gut. Ohoho, der ist hübsch. 88 Rüstung. Find ich jetzt noch einen mit ner guten Verzauberung, nehm ich den. Wolltest du das grüne Teil haben, was ich dir jetzt abgefuckt hab? Na, das war ein Kriegshammer. Na, den will ich haben. Ich will Kriegshammer. Nein, mach hier nicht. Na, mach hier einfach mal 3. Ich benutze meine Skills viel zu selten. Ich benutze meine Skills immer, aber ich hab da halt nur einen Kampf-Skill. Äh, der weiß ist übrigens auch ein bisschen hart. Das ist eine Zauberreise, Muschi. Da ist was für dich. Mahagoni-Truhe, was war denn das? Äh, ein Hakenschwert. Oh, das ist gar nicht schlecht, aber ne. Es ist gar nicht schlecht, aber ne. Alter, hab ich gute Beinschienen, ey. Bumst mich doch. Ich hab auch welche. Stärke, oah, fuck, die brauchen mehr Stärke als ich hab. Ey, mir, mir gefällt dieser Bambus, das mag ich. Ja, ich auch. Ich mag asiatische Baukunst, ich mag auch asiatische Gärten. Ich auch, ich liebe die. Ich würd mich in die Sonne reinsetzen. Du kennst keinen asiatischen Garten, oder? Ich kenn genug. Instagrampage. Nein, aber ich hab schon welche gesehen und die sehen mega geil aus. Ja. Okay, die greifen uns einfach nicht an, wenn sie uns nicht... Okay. Lass die einfach leben. Sie sind hübsch. Ich will aber EP. Ja, aber es sind... Wann ist denn Dinos? Alter, Hauptsache erstmal beide Hunde sind tot. Die Hunde muss ich euch mal ein bisschen besser skillen, die sind echt unterlevelt. Ja. Ich hab halt viel auf irgendwas gesetzt, was mir überhaupt nichts bringt. Weißt du, was geil ist? Das Spiel läuft jetzt wirklich mit 59 FPS durchgehend. Das ist schön für dich, bei mir läuft's nur 20. Ich glaub, hätt ich, äh, Fraps auf 60 gestellt, würdest du auch mit 60 FPS durchlaufen. Schönlich. Ich liebe Windows 7. Aber ist das so langsam. Wenn du es auf SSD installiertest, ist es nicht. Ja, aber das ist ja trotzdem nicht so schnell wie Windows 8. Ja, das ist klar, aber es wär ja schneller. Ich glaub, ich kauf mir Windows, äh, nicht mehr Scheiße. Du kaufst hier einfach noch ne, noch ne SSD. Ja, aber die ist um 2TB oder so, also ist noch Kleingeld. Das ist grad eine für, mit 256 im Angebot, wie gesagt. Wo und wie viel? Wenn mich nicht alles täuscht bei Expert, ähm, 99 Euro. Ah, im Arsch kostet 99. Ist so. Wir können jetzt kurz ne Aufnahmeunterbrechung machen, dann hol ich das Prospektör. Nein, das muss nicht sein. Glaub dir schon. Tust du nicht? Ja, wahrscheinlich nicht, aber... Ist halt keine von Samsung, ne? Ich weiß jetzt grad nicht, von was sie ist. Von Sundisk, glaub ich. Ah, das Sundisk ist nicht schlecht. Also mit USB-Stack, ich bin zufrieden. Ja, ist jetzt nicht schlecht, aber ist halt nicht so... Es ist... Ja, ich hab keine Ahnung. Hilfe! Oh, guck mal Katzis! Ich hör den Rudelführer, damit er keinen Zauber machen kann. Ja, ernsthaft, der einzige mit dem ich Probleme hab, ist der Schwarze. Auf den Schwarzen! Auf den Schwarzen! Ich will seine Rüstung haben in einer guten Verzauberung, weil die ist mega geil. Die 88 Rüstung, einfach so. Ja, ich weiß. Meiner hat jetzt nur 12 Intelligenz, dann lohnt sich das nicht. Meiner hat 12 Stärke und noch nen anderen Scheiß. Nur 8 Rüstung weniger. Das sind halt meistens Zauberer und die haben Intelligenz-Scheiß. Der Rudelführer ist ein ganz normaler Kämpfer. Ja? Nee, 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 nee. Der, ja, aber er ist kein Vollzeit-Zauberer. Wer weiß, er ist ein Vollzeit-Zauberer. Ach mein Gott, das Spiel läuft viel zu flüssig, kriegt der Augencrems von. Ja siehst du, das meinte ich nämlich bei deinem Spiel, äh bei TTT. Da hab ich auch übertrieben Schmerzen von gekriegt. Ich mach die beiden Zauberer übrigens hinten weg. Okay. Zauberer sieht mega geil aus. Ja, übertrieben. Nach links ging es auch runter. Ich hab Augenjucken, ich hab Augenjucken. Das ist übrigens rechts. Ja, nach links ging es aber auch weiter unten links, oder? Oh ja. Ein kleiner Weg runter. Ach Gott, das ist wieder hier so ne riesige Hochebene wahrscheinlich. Äh, wo kommt die beiden her? Oh, ich liebe Hochebenen voll nicht. Ich schon nicht. Dieser Zauber ist eigentlich ganz nützlich. Ja, du solltest den wirklich öfters nehmen. Nee, da wird das Spiel zu leicht. Ich mein, ich sterbe fast instant bei den Viechern. In Ernst? Ja. Also nicht wirklich, aber die machen mich schon ganz schön gut runter. Ich mach irgendwie so gar keinen Schaden und ich heim mich mehr an den Hurra zu mir schaden. Ja, ich sterbe dabei. Ich war jetzt grad schon wieder kritisch. Ähm, das Single Let's Play wird wahrscheinlich jetzt wieder wirklich komplett Single erstmal laufen. Wird's wahrscheinlich nicht mehr schaden. Weil Jörg sein... Ähm, er hat halt auch Windows 8. Wenn man Fokus von 2 ist, ist es wirklich hart. Ja, siehst du, ich hab meistens den Fokus von 2. Und manchmal sogar von 3. Ja, aber du hast ja auch mehr Rüstung. Nicht viel. Jedenfalls, Jörg hat... Jörg hat... Jörg hat... Moment... Wow! Nö, 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 nö. Was ist das denn? Stark sind die auf jeden Fall. Järren... Järren Rüstung. Aber die haben coole... Die haben coole Stäbe. Die haben... Alter, die haben die riesige Speere. Das ist das... Das ist dieser riesen Neandertaler oder so, den wir auf dem Berg verprügelt haben. Das ist auch so einer. Das war auch ein Järren. Ja? Ja. Ich hab hier so einen Rüstung, die Järren Rüstung. Ich hab ruhig schon mal die Part anguckt, um zu gucken, ob du mir wirklich keinen Teil da abgefuckt hast. Und das war ein ganz normaler Helm, aber der sah so aus wie ein Järren-Helm. Ich hab gedacht, das gehört dazu. Äh, hier ist ne Essenz. Alter, wie sind die denn hier? Ja, deshalb interessiert mich da gerade die Essenz wenig. Ich mein, die sind nicht... Die haben nicht viel Leben, aber die machen schon ganz gut Schaden. Eigentlich nicht. Ich hab keine Rüstung, ey. Die sind vollputzig. Ja, voll harmlos. Aus ner Erfahrungsspann übrigens. Danke für die Info. Hallo, Spiel? Ja, hängt grad auch bei mir. Jetzt geht's wieder. Es ist halt, äh, bei Windows 7 hab ich das eher, dass halt manchmal mein Spiel einfach kurz hängt. Ich weiß nicht, wieso das ist. Es ist halt Windows 7 in der besten Version. Es ist in der Pro-Version und legal. Ja, ich weiß. Es ist wirklich legal. Ja, ich weiß. Was ich übrigens noch nicht aktivieren kann, weil angeblich der Code irgendwie falsch ist. Und jetzt muss ich das über eine Zielvoraktivierung machen. Und worüber hast du's jetzt aktiviert? Gar nicht. Du kannst ja Windows erst mal, äh, unregistriert machen. Die automatische Aktivierung ist in drei Tagen. Oh. Und wenn's, wenn's bis dahin nicht geht, dann muss ich da halt mal irgendwo anrufen. Und dann mein... Okay, wir müssen... Ich glaub, dass... Aktivier ich schon mal. Ähm, wir sollten jetzt wieder zurückgehen übrigens. Ja. Gut. Ja. Erstmal eine Quest annehmen. Ja, ich hab den Grund noch aktiviert und eine Quest... Und ich muss ehrlich gesagt... Also... Ich muss ehrlich gesagt sagen... Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich freu mich tierisch auf das Sacred Let's Play. Ich mein, ich bin komplett raus. Ich hab keine Ahnung, wie das Spiel funktioniert. Aber das wird gut. Bin ich von... Überzeugt? Oh, guck mal, wie süß! Können wir's bitte töten? Hm, nein. Ah, hoi. Ah, okay. Oh, ich hab drei Nachrichten gekriegt. Alter, Gott. Meine Freundin geht direkt grad durch. Was kühl ich denn mal? Könnte mein... Äh... Muss ich sowieso alles nie... Schon wieder einen kurzen... Bist du echt schon gelevelt? Ja klar. Egal. Weil dann machen wir einmal einen auf die... Geschwindigkeit und Qualität und dann auch da einen drauf und... Ich könnte mal das Kriegshorn machen. Ich muss noch fast drei Balken leveln. Hab ich... Hab ich mal meinen ersten aktivierbaren Skill aus der Kriegsmeisterschaft genommen? Das Kriegshorn ist nicht gut. Nicht? Nein. Das Stunt aber oder so. Nein, es gibt zusätzliche... Kraft sozusagen den Freunden. Das ist doch die Standarte. Ach, keine Ahnung. Fick mich doch. Äh... Lärmt die Feinde vorübergehend. Okay. Ja, ich meine das Kriegshorn aus... Aus welchem Spiel meine ich denn das Kriegshorn? In noch irgendeinem Spiel gibt es das Kriegshorn. Da bläst... Ich stun einfach alle Gegner nur in der Umgebung. Okay, das ist cool. Wahrscheinlich nicht diese übertriebenen Bossgegner, aber halt... Keiner, ne? So... Hier ist auch rechts mehr. Das Gebiet ist riesig. Ja, vor allen Dingen das ging ja da vorne auch weiter nach... Äh... Ja, ich weiß. Rechts, links. Links unten. Und hier geht's sogar in eine Höhle. Gehen wir erst in die Höhle oder gehen wir erst mal links? Wir gehen erst in die Höhle. Warum? Weil die interessant aussieht. Finde ich nicht, aber ist deine Sache. Ja... Ich hätte heute mal was Sinnvolles machen sollen. Was denn? Weiß nicht. Jedenfalls was sinnvoller ist, als viereinhalb Stunden im Let's Play gucken. Hast du diesen... Dieses Ding sag ich mir? Ja. Ich hab's mir komplett angeguckt. Bis auf den letzten Part, weil ich den schon kannte. Ich hätte heute vielleicht auch was Sinnvolles machen sollen. Wie zum Beispiel... Für meine Prüfung leer am Mittwoch. Ein Modpack L zu erstellen. Ich hab erst in... Ich hab erst in 3 Wochen Prüfungen. Theoretische. Und nach den Sommerferien dann irgendwann praktische. Ich hab grad irgendwo nachbekommen. Wahrscheinlich von Kishi. Ja, Kishi hat mir auch schon die ganze Zeit geschrieben. In Zero 2? Ja, wir schreiben nur in Zero 2 miteinander. Nicht immer. Du hast grad das Gold aufgenommen, bevor es bei mir überhaupt da war. Ja. Assi. Und das ist der Grund, warum ich immer alles weglue. Damit ich auch mal was bekomme. Damit du auch mal was bekommst. Guck dir mal deinen Goldstand an. Guck dir mal meinen an. Gold, gold, gold. Ja, hier nach links ist es noch. Ein kleines Stück Scheiße. Hier geht's auch runter. Och. Lass erstmal hier runter gehen. Ja. Ich hasse richtige Höhen. Ach, Rattenmenschen! Oh nein. Ich hab's mal gesehen. Ich hasse... Ich hasse Rattenmenschen. Ich liebe die voll. Ich mein, das sind Ratten? Du kannst sogar einen Köcher, ähm, als Rüstung haben. Ja. Und dann nur sehr schlecht, weil die alle kaputt sind von denen. Aber... Ich müsste demnächst übrigens mal zum Umzauberer. Ich werd nämlich jetzt mal meine gesamten Skills um... also meinen gesamten... Zauberbaum sozusagen verändern. Was meinst du mit dem? Ich will die kompletten Skillsärme verändern. Zurückleveln und so. Achso. Weil ich, äh, schlecht geskillt hab. Man sollte sich auf 3-4 Sachen konzentrieren und nicht einfach 6 Millionen. Achso, wie ich das mache. Konzentrierst du dich auf 6 Millionen, oder? Nein, auf... 1-2, ja genau. Ja, ich hab halt hauptsächlich meinen kalkulierten Schlagkokos-Skill, mein GIF, meine Klingenschärfen und mein Wurfmesser, weil es alles Pasti-Skills sind. Ich hab ein bisschen was in meinen Wolf gesteckt. Heilen, Eichenherz, ähm, Psi-Berührung, Albtraum und Schockwelle. Und Schockwelle ist voll. Und ich will jetzt halt mal ein bisschen, äh, entweder mein Eichenherz weiter skillen. Oder meine Hunde. Es hängt, danke. Damit ich, ähm... Ja, aber es liegt jetzt an Windows 7 oder so. Das hatte ich auch damals schon manchmal, als sie noch Windows 7 als Playtime hatte. Da hatte ich auch manchmal das einfach alles kurz mal hängen. Dafür können wir es jetzt spielen. Ja. Und ich will jetzt halt umskillen. Ich weiß noch nicht, was ich runternehme. Damit ich endlich mal wieder... meine Wölfe ein bisschen länger überlebend habe. Ich find das jetzt aber nicht so, dass es sich lohnt, da früh zu skillen. Ich mein, das kostet viel zu viel und im Endeffekt... geht's dann genauso scheiße noch. Es kostet nicht viel. Kostet ein bisschen Geld, ja und? Was machst du sonst mit dem Gold? Wir haben eh zu viel, zu viel. Farben kaufen. Ich kann mir jetzt alle Farben der Welt kaufen. Mach halt. Und selbst dann haben wir noch Geld über... Oh nein, schwarzer. Egal. Okay, er ist down. Ich will seine Rüstung haben. Dann sammle sie auf. Aber die ist scheiße. Ich werde mit einer guten Verzauberung haben. Jaaa... Ja, wenn man so Sachen selber so verzaubern könnte, wie halt Online-Rollenspielen. Mh. Ja. Hatten wir den nicht schon aktiviert? Was? Ja. Ne, Mann, wir hatten einen anderen aktiviert. Ja, okay. Geil. Dann hab ich jetzt... Bei mir war der auch gar... Bei mir war der gar nicht mehr da. Also... Bei mir schon. Ich hab den jetzt auch. Ja, sicher. Ich hab jetzt einen Eis und einen Erfahrungs. Hast du den Erfahrungs immer noch an? Den hab ich gerade erst angemacht. Hä? Das war ein Erfahrungs... Davor hab ich ein Eis angemacht. Wo war denn der? Der stand da mitten in der Landschaft. Ich bin gestahnt. Viel Spaß. Danke. Hier ohne durchgeschafft. Äh, war da oben noch was? Ich... Ja, ne, oder? Ne. Doch, ich kann hier hinter gehen. Woher kommt der? Weiß ich nicht. Okay. Ich hab übrigens aus Minecraft Waro ein paar gute Sachen für PvP gelernt. Was denn? Guck dir's einfach an, das ist... Man lernt, wie man effektiv verzaubert. Moment, sind wir jetzt den ganzen Weg zurückgegangen, weil hier nichts ist? Ja. Ist genauso wie in allen anderen Spielen, die ich jetzt playe. Da gibt's zwei Wege. Ich gucke in den ersten Weg rein. Sieht so aus, als würde es da weitergehen. Gehe ich den zweiten Weg komplett durch. Und zwar... Und da geht's dann weiter so am Ende. Und dann ist da so im ersten Weg eigentlich nur ein Raum noch gewesen. Ja, das ist aber ganz normal. Das hasse ich voll. Das ist ein Phänomen an solchen Spielen. Oder überhaupt an Spielen. Nach oben war der Schreien. Ja, genau. Ja, und geht's hier noch weiter? Ich brauch immer noch einen Strich. Ich hab hier schon wieder einen Strich. Und bin ich noch zwei Striche hinter dir? Ja, das ist gut. Ja, anderthalb. Bin ich. Ja, brauch ich noch. Ja, ich hab jetzt auch den ersten Strich und dann noch ein... Bisschen. Der dritte. Und jetzt sind wir wohl bei der chinesischen Mauer, wie es aussieht. Hatte ich ja schon gespoilert, aber war ja logisch. Wegen Babylon außer für dich, weil du halt keine Ahnung hast. Ich mein, ich hab keine allgemeinen Bildung, ne? Aber ich hätte von dir echt mehr erwartet. Vorher soll ich bitte wissen, dass Babylon an der geheimen Mauer da liegt. Naja, weil die Chinesen sich vor den, äh, babylonischen Kriegern schützen wollten. Pengs. Ich riss mich nicht so für China. Ich bin Japan cooler mit den Ninjas. China hatte die, ähm, Ronnies. Ronnies sind langweilig. Samurais sind krasser. Ronnies sind die Samurai der... Wow, 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 wow! Oh! Nein, Ronnies sind, äh, einfach, äh, sowas wie seltener. Wir haben bezahlt und Samurais sind, ne? Kriegsanheit gewesen. Das waren sowas wie genere... Ja, ja, lass mich halt alles tun. Hab ich ja. Also, dieser Weg hat er mich irgendwie ein bisschen an das Ende. Gerade. Ja, ist auch so. Texturen sind aber anders. Der große ist übrigens gefährlich. Oh! Das ist ein Boss oder so. Ja, er one-hitted mich fast. Ich find die Musik auch grad extrem cool. Der ist rot! Warum ist der rot? Wiss ich nicht, weil ein kolossaler Peng ist. Und der hat übertrieben viel, äh, Mana. Und übertrieben viel Leben auch. Kannst du die Kleinen töten? Ich töte grad ihn. Und der Part ist vorbei. Ähm... Bist du grad gestorben? Nein, ich bin grad am Weglaufen, weil ich grad die Musik ausmachen wollte. Ja, der Part wird überzogen. Egal. Wir werden gleich down. Und... Er ist weg. Das war erstmal so ein Tipp. So, Leute. Dann hat euch der Part gefallen. Bis zum nächsten Mal. Also, Rainer Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.